Ja, an alle meine Krieger da draußen für den hellen Herrscher, ich bin's wieder, Exodia Black. So Leute, beim letzten Mal haben wir ja die letzte Iguetin-Tür geöffnet und ich hatte gedacht, auch alle Artefakte, aber dazu muss ich noch was machen. Aber als allererstes werde ich mal hier hinreisen und die letzte Kankra-Erinnerung freischalten. Also los, Schnellreise und ja, da sind wir wieder in Sirit-Ungol, da muss ich auch noch einiges machen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich dann weitermache, aber irgendetwas, um Wilde zu betäuben, um mir Konter zu entgehen. Aha, ja, gut, auch nicht schlecht. Drück im Rennen, R2 zum Rutschen, achso, ja, ja, ja. So, da sind wir doch, hervorragend. Da müssen wir hin. Wie komme ich denn jetzt genau da hin? Ich muss einmal... Oh, das ist irgendwo unten drin. Na, klasse. Na, super. Echt klasse. Na, super. Gut. Dann will ich doch mal versuchen. Opfer. Ist das der einzigste da? Kann ich da was machen? Auch nicht. Doch da. Zack, Schattenangriff. Gut. Nein, gar nichts. Die letzte Kankra-Erinnerung. Los, komm. Dann wollen wir uns die mal holen. Ich nehme mal an, dass die hier drin ist. Ja, da ist sie. Oh, das war aber einfach. Okidoki. Sie ersuchen mich um Wissen, doch sie finden den Tod. Sie fragen nach ihrem Schicksal. Für sich. Für ihre Lieben. Ich war gnädig zu denen, die ich verschlang. Und verdammte Angelegenheit, wie sie hören. Das Schicksalsnetz treibt Menschen in den Wahnsinn. Sie folgen allen Fäden, um ihre Bedeutung zu verstehen. Nur um zu erkennen. Ei, 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 ei. Das sieht gut aus. Jawohl. Wow. Na? Fängt der aussehend schief? Wir müssen ihnen trotzen. Sie zerstören. Sie werden nicht einhalten. Opfer müssen gebracht werden. Du würdest mich verlassen? Opfer müssen gebracht werden. Ach du Schande. Sollte der aussehend engst schief. Sollte der aussehend schief. Oh, 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 oh. Uh-oh. Nein! Whoa. Die sollte man wirklich nicht sauber machen. Halleluja. Oh Mann, Mann. Der große Täuscher wird für sein Verrat bezahlen. Er wird leiden. Er wird leiden. Er wird leiden. Nein, nein. Eine Gruppe Spinderei zu rufen. Spindverfügen über Giftangriffe, mit denen sie die Schwäche eines Hauptmanns ausnutzen können. Ja, super. Oh, Mann. Jetzt weiß ich auch genau, warum die uns hilft. Tja, die ist im Grunde genommen von ihm verraten worden und benutzt worden. Und das mag sie gar nicht. Gut, jetzt benutzt sie uns dafür, aber das ist mir ja eigentlich auch egal. Aber das sah schon echt heftig und geil aus, muss ich sagen. Gut, dann wollen wir mal Fähigkeit gucken. Spinnenschwarm. Was hat denn jetzt da? Ne, ja, und was ist das? Eisenwächter. Ach so, was muss man denn da schließen? Gondor-Aufträge ab. Ah, die haben wir so gekriegt. Alles Chlor. Super. Ja, ähm, unendliche Wut. Klar, logisch. Ja, das mache ich später nochmal. Okay. Jetzt geht es natürlich weiter. Ja, wir sind ja jetzt hier in dem Gebiet, wo... Oh, wow. Wow. Okay, neu. Aber hier sind keine... Nee, aber trotzdem muss ich hier weitermachen. Ähm, um die Burg einzunehmen. Ja, das ist schon mal Fakt. Ähm, ja, und gucke ich mal, wie ich hier weitermache. Ich muss... Ui, ui. Ähm, was kannst du denn? Was hast du denn? Wer bist du denn? Anfällig gegenüber den panische Angst vor Morgay fliegen. Okay, leichtes Ziel. Furcht vor Feuer. Erschöpfung. Vergisst Frostempfung. Alter, der ist ja gleich alles. Immun gegen Innenrichtung. Okay. Durch einfach alles. Auch nicht schlecht. Gauner. Erwartete Klasse. Expertin. Überraschungsangremen. Erwartete Taktiken. Schwer einschätzbar. Rauchbombe. Banditen. Bolas. Ja gut, die haben wir ja jetzt. Banditenstamm. Okay. Gut. Ich würde sagen, den markieren wir. Der liegt hinter mir. Da ist doch keine Sau. Ah, da. So. Ja. Aua. Ach, der ist, der ist gar nicht hier. Okay. Wo ist der denn? Da hinten? Jetzt muss ich nochmal gucken, wo der genau ist. Wo muss ich denn jetzt hin? Da links? Schauen wir mal einer guck. Okay. Ja, das ist ja... Ja, klar, sicher. Wo soll der denn jetzt sein? Bin ich da jetzt richtig? Okay, gehen wir mal hier rein. Da ist er. Ja. Du bist der Nächste, den ich übernehme, mein Freund. Oh. Okay. Jeder, der versucht, es mit dem Oberherrn aufzunehmen. Ja. So, komm mal her. Keule. Nein, 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 nein. Warum? Jetzt wird durch. Ach so, einer bist du. Ei, 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 ei. Gut. Halt. So, ist das so. Haha, die erste Übernahme. Rekrutieren. Und jetzt sollst du ausspionieren. Ja, nee, befehligen. Befehligen, mein Freund. Das ist ja alles kacke. Eindringen. Genau, du dringst da ein. Infiltration, Auftrag bestätigen. Sehr gut. So, einen haben wir hier schon mal. Das ist doch prächtig. Eindringen. Hey. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, wir haben ja hier allerhand Leute. Oh, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Da, was ist denn da oben? Hallo? Ach, der ist hier. Oh, giftig. Gucken wir uns die Details mal an. Aber die sind mir eigentlich im Moment egal. Und ich bin hier in der Nähe. Hinrichtung. Dann nehmen wir den mal mit. Dann nehmen wir den mal mit. Komm, schnell, zügig. Zack, zack. Die Leute wollen was sehen. Die haben hohe Erwartungen. Ja, 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 ja. Das ist wahr. Ja, genau. Eieieieieiei. Gar nichts. Nichts, nichts. Wirklich nicht. Ach, hier bin ich. Gut. Ich nehm das wieder zu leicht. Das ist nicht gut. Unbekannter Hauptmann. Egal. Ob unbekannt oder nicht. Das ist mir egal. Du kannst doch keiner Morgay-Fliege was zu Leide tun. Dunkelstamm. Schlechter Stamm. Sorry, dass ich jetzt mal gucken muss. Ah, Mist. Ich hab doch hier irgendwo was mit Dunkelstamm und Inventar. Ah, genau. Nein. Ach, Quatsch. Ich mach nur Scheiße hier. Rekrutierer. Nein. Die sind ja alle hier. Mystiker-Stamm. Online-Blutrache-Ziel. Alles 40. Ja, sorry, dass ich das hier mache. Aber Blutrache-Ziel rekrutiere einen Brecher der Stufe 20. Brecher. Brecher. Halt. Online-Dunkelstamm. Rekrutiere einen Org. Dunkelstamm. So, dann haben wir das schon mal. So, und du bist doch der Dunkelstamm, ne? Ne. Dann müsste das der andere sein, ne? Grook. Dunkelstamm, richtig genau. Komm, du bist doch direkt hier. Achso, das ist scheiße. Kann ich den so übernehmen? Schleichbeherrschung. Genau. Ja, wirst du. Gut. Ich würde sagen, du ziehst dich zurück und ich mache hier schon mal alles klar. Oh, erledigt. Na gut. Wenn das erledigt ist, das ist natürlich nicht so schön. Aber Dunkelstamm habe ich einen rekrutiert. Das ist auch richtig jetzt. Oh, unbekannte Hauptmann. Okay. Wer bist du denn jetzt? Nein, nein, nicht als Ziel entfernen. Eieieiei. Wie viel da ankommen? Ja. Nein, 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 nein. Sag mal, wie schnell bist du? Wat? Die Straffe für das Unterbrechen einer Hinrichtung lautet. In Richtung. Okay. So. Oh. Keine Chance. Danke. Ah, der Spürhund. Danke, Kumpel. Ja, Entschuldigung. Na gut. Wow, das war nicht so prickelnd. Nee. Hey. Nur aufs Maul hauen. Okay. Nein, 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 nein. Doch. Ja, nein. Oh doch. Nee, hört sich wirklich nicht gut an, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, du da drüben. Ja, ich muss echt aufpassen, ich nehme das hier viel zu leicht. Ah, absolut zu leicht. So, was haben wir denn hier für einen Konfrontationsstammel? Schlechter. Sorry, ich habe mich zu früh bewegt. Oh. Gleich zwei Tücke. Ist ja geil. Ah, hier ist keiner. Oder? Ja, ja. So. Sag, ich brauche einen vergifteten Feind. Ja, bestimmt. Ich muss hier... Ja, siehste, das ist... Da guckte der Mann. Ich komme gar nicht weg. Ich komme gar nicht weg. Warte mal. Dann schieb. Das macht es nur was. Ja, ich bin der Mann. Ist jeden Tag. Ich sag mal, das gibt's ja nicht. Da war da noch was. Wer wirft denn da? Ist das nur einer? So. Tschüss, so Sack. Ja, 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 das zägt schon in der Bärne, ich weiß, aber das ist mir auch fucking egal, Emma. So. Was bist du denn? Hoppla. Was bist du denn für einer? Wenn ich das wüsste, dann wüsste ich mir ja, Moment, schlechter Stamm, okay. Das ist da. Ausgerechnet da unten. Wenn ich diesen kleinen Weg hier umherhuschen sehe... Ja. Okay. Oh, Moment. Führer bei einem Fend. Komm, sei irgendeiner vergiftet. Wo ist denn der Spinnenschwam? Ich dachte, da wäre ein Spinnenschwam, das wäre doch geil gewesen. Naja. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Schlechter Stamm sucht einen würdigen Gegner. Gut. Kann ich ja jetzt noch nicht sagen, welche Stufe wüsst du um 29. Ewig. Hab ich nach einer Stunde wieder Hunger? Na super. Ja, später. Aber jetzt noch nicht, weil du bist mir echt sauer. Agro drauf. Ja, ja. Tja. Ja, logisch. Aua, der zickt aber. Oh, Mann. Was habe ich denn jetzt wieder für eine Scheiße gemacht? Ich mach nur Scheiße. Ja, ich muss... Aber das gibt's keine Entschuldigung. Ich hab Scheiße gemacht und fertig. Aha. So. Wieso? Ja, ja, das ist zum Kotzen. Guten Tag. Nein, nein, nein. Machst du nicht. Ei, ei, ei. Oh, du. Oh, du. Nein, nein. Wumm. Und erledigt. Chakawanga. Du hast einen Gegner gefunden. Ja, ja, ich brauch jeden Punkt hier. Ja, Fähigkeit, Punkt. Alles prima, alles gut. Okay. Das sieht nicht gut aus. Ähm, kann für dich. Da gucken wir mal rein. Genau. Oh, da liegen aber jetzt schon wirklich wieder einige. Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Ja, da muss ich ja noch mal gegnerisch besiegen. Ach so. Okay. Das werde ich mal... 2000 und... Warte mal, dann nehme ich mit. Ja. Mist, jetzt will ich gucken. Den Ring. Was hat ich da für einen Ring gekriegt hab? Inventar. Ob der besser ist als... Der 143-Reinfeinder, während dein Zorn voll aufgeladen ist. Na ja, das mach ich später. Ja, wir lassen das jetzt erstmal. Ähm. Ja. Nun geht's weiter. Ähm, wo ist der denn? Scheiße, das ist... Nee, da ist das. Oh. Na komm. Werden wir doch mal wollen und das schaffen hier. Da muss ja mal ein Kumpel da, damit der da... den Häuptling da infiltriert. So geht das nicht. Hinter die. So, da hinten. Haben wir da irgendwie einen? Nein, hab ich nicht. Ui. Komm genau drauf. Ey, ich kann das nochmal. Ich glaube eine Scheiße hier, du. Ja, ich muss dem helfen, dem Kameraden. Oh. 600 Ohr. Vielleicht ist das Ding selbst eine Spinne. Danke. Aber nee, aber ja, aber doch. Oder was? Oh. Na, komm schon hoch. Hier ist keiner. Nein, 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 nein. Ah, gut. Auch nicht schlecht, der Kumpel. Es vergeht kein Tag. Oh, da hinten hab ich gerade was gesehen, aber. Halt hier geblieben. So. Hab ich genug? Ich bin schon vorbei, aber das ist ja auch egal. Mal gucken, ob der Kumpel was kann. Ich finde das geil, wenn die immer so fliegen gehen. Alter, da ist noch einer. Hast du nicht gehört? Absolut nicht. Du bist taub. So, Infiltration. Ja, jetzt muss ich dem natürlich... Ähm, Lord, den gegnerischen Hauptmann besiegen. Genau. Komm, machen wir mal eben. Okay. Du hältst dich wohl für stark. Das sehen wir ja gleich. Zwergenfresser. Komm schon, ich fange gerade erst an. Na, also, wenn du mit dem nicht klarkommst, dann weiß ich noch nicht. Oh, 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 verflucht. Scheiße, das war's. Ja, ja. Nee. Oh, 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 oh. Ich dachte, du hättest mehr drauf. Nee, hat er nicht. Oh, ah. Ist ja jetzt schon alle. Er zürnt, ja. Die können aber helfen. Oder auch nicht. Alter, was machst du da? Greif den mal an. Nee. Und tschüss. Ja, das war's. Junge, 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 Junge. Hält dich mal. Aha. Kampfgruben. Schließen. Wie heißt der? So, du bleibst mal hier. Verflucht. Im Mondgegen. Mordrausch. Kriegsbanner. Weißt du, wird Koppel... Guck mal hier hoch. Ich hab was mit dir vor. Und das kann ich nur machen, wenn du mir entgegenkommst. Ei. Ich probiere sie gern bei dir zuerst. Oh, oh, oh. Oh, oh. Uh, oh. Heißer, ne Villa hab ich nicht vor dem gesehen. Ja, super. Ähm, befehligen. Jetzt muss ich ihn befehligen. Ähm... Wat? Eindringen. Infiltration. Und weh, du machst jetzt scheiße, Kumpel. So. Der muss ja normalerweise jetzt hier... Da, genau. Jetzt machen wir das nochmal. Unbekannte Hauptmann, mal gucken, was der drauf hat, der Kumpel. Oh, oh. Oha. Mhm. Noch eine Made. Du stirbst. Alter, was machst du? Ja gut, die ganze... Mach weiter los. Ne, los mach. Hallo? Hallo. Eieieieieieiei! Gut, dass der ein Schild hat. Oh, der andere ist ja schon fast platt. Ja... ich bin mir noch nicht sicher was macht er da tanzen oder mit der jungen der hatte drauf der hört aber auch nicht auf sie wirklich ein verfluchter ist es nicht geil guter junge als spion 7 jawohl activation so jetzt suche ich mir mal hier noch einen super platz zum beenden da oben ist noch einer genau und so eine last daumen nach oben da und aktiviert den besser nicht aktiviert euch und abonniert meinen kanal damit unterstützt ihr auch weitere projekte und schreibt in die kommentare hauptsache ihr schreibt was und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten festung oder auch nicht